Wir werden heute noch den Enden in Sieg machen. Mal gucken. Ich glaub's noch nicht. Was ist denn der Pumpe bei dir? Watt hab ich? Eine Pumpe. Was ist denn der Pumpe? Ja, die kam heute mit dem neuen Ball dazu an. Die wurden aufgepumpt, aber ich weiß jetzt nicht, ob die insgesamt eine Pumpe haben. Ja, ich hab ne Pumpe. Aber gut. Aha. Hm. Das könnte relativ einfach. Sooo. Ja, dann. Ja. 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 Gibt es das Schiff noch oder nicht mehr? Watt für ein Schiff. Ähm, die sind leer sind da. Das ist wenn du das schiffst. Achso, ich glaube nicht mehr, weil das F.K.D.B.Eck rum ist. Okay. Ich fand das jetzt aber auch nicht so gut. Ich hab den Minigall für dich. Sehr geil. Ah, es gibt aber diese Heilsprays, gibt es mal noch. Ne, die sind ganz cool. Schön, dass die wieder drin sind, die sind sehr praktisch. Ach so, ist die selbe Waffe. Sehr gut. Komm her. Warte mal. Ich hab mir nicht nur das normale Trikot von Ulm geholt, sondern das DFB-Pokaltrikot und die Junge sieht aus. Ah, scheiße. Ich brauch... Hast du Gold? Ja, ich hab Gold. Was brauchst du? Was willst du haben? Den hier an der Kampfschrug bitte. Ich hab 5.000 Gold, Alter. Ich hab genug. Ich bin ja rich, rich, meine bitch, bitch. Ich hab da nix. Ah, die Kiste drin. Weiß nicht, muss ich noch irgendwas mit den Handschuhen? Ja, muss ich sogar noch machen. Das ist überhaupt nicht... Ich glaube wir haben ja völlig gemordet. Ne, hier haben wir nur drinnen. Das haben wir nur gar nicht gemerkt. Was hat denn hier schönes? Ich habe die Magnetanschuhe. Die sind ja auch ganz geil. Für mich ergibt das keinen Sinn. Warum kann der das Metallteil überall einsetzen? Wer es aus dem Boden raus macht. Ich glaube das ist ja noch mehr Metall. Ich glaube nicht das hier drunter Metall ist. Der wurde eben mit einem Drei-Strahlen-Laser-Gewehr getötet. Eine sehr geile Baffe. Wir wollen vorher entnommen werden. Hier muss wir unseren Feuerringlocken machen. Oh, komm Rune, du komischer Bot. Niemand will das von dir. Also ich kann mir nichts gebrauchen. Erstmal angeschlagen sind. Weiß dir, welche gegen ihn? Ich hab'n Heilspray. Ich brauche kein Mediket. Oh ne, ich mach' die Haube ab. Oh nein, ich nehm' das jetzt mal nicht mit. Erstmal nichts hören. Sehr schön. Warte, hier mal diesen... Tod. Soll ich denn mit diesem Gewehr den Klus erzielen, Alter? Na gut, hier müssen die Zone kommt. Die Welt müssen wir denn laufen. Level 28, easy. Okay. Ich eint fast 2000 EP noch für Level 99. Ich will die Level 100 noch schaffen vor als Season Ende. Ich kann nur einmal alles kaufen im Shop und dann bin ich fertig. Ich hab' auch ein Heilspray mit. Ich hab' auch ein Heilspray mit. Oh, diese Dings... ...kann ich jetzt gleich mal hochgefahren. Das ist sehr schön. Ich geb' auch ein Heilspray. Oh na klar wράrad. Titan ich. Oh na klar. umenier. Momention nicht mehr, aber wir machen uns noch ruhig. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lass euch deine Karte ab. Komm verzieh dich. Eieieieiei. That ass good. Tio, diese Fahrzeug wird auch schon mehr kaputt als ganz. Genau, da komm ich jetzt so dicht hoch. Warte. 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 Ich will nur sie zum Beispiel. Witzig an der Umrechstadtbüßchen. Ich will jetzt mal spielen. Oof. Das Kisten ist echt nur Scheiße drin. Oof. 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 Killer-Fahrzeug. Oof. 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 Oh, oh, spawn-belt-y. Oof. Oof. Oh. 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 Ganz artig, wenn ich falle die anderen rauskriegen. Einfach reinfeuern. Einfach reinfeuern. Einfach ein paar schöne Waffen, die hier rumliegen. Gefällt mir. Sehr gut, Achtung. Ich schau, dass im Nirgendwo eine Schnaipe liegt. Ich bin jetzt sehr, sehr beschissen. Wow. Schiebt euch ihre scheiß Engländer. Dieser Flieger sitzt bei uns drin. Was hat dieser Hügel nicht gerade zu Tode, Alter? Okay, alles klar, Digger. Du musst den Tode gespitzackt und dann rüberfahren. Also jetzt nix Cringe. Jetzt hack hier, Alter. Nein. Gut, tschüss. Jetzt. Ja, als ob ich mich getroffen habe. Ja, natürlich. Level 3 und eine. Genüht sich hier oben. Seht ihr mal ein Problem, Alter. Schrecklich. Schrecklich. Das war also nicht wirklich. Kann man Level 361 sein. Ich hab seine blauen freigeschaltet. Nice. Schoti. Ist das schrecklich, Alter. Ist das schrecklich. Ja. Ich hab seine blauen freigesch. Ja. Schrecklich. Ich mach da einen auf Minzekatze. Ich weiß nicht, im Shop ist heute auch irgendwie nix geiles. Ja, scheiße, ich kann nicht erst am Level 32 vorschalten, leck mich. Scheiße, ich leck mich, scheißspiel, ich bin nicht speziell, ich will nicht, bitte. Oh Leute, ich kann sogar schon alle Seiten anfordern, ich muss dafür nicht mal Level 100 sein. Wobei, doch muss man, ich hab die ersten paar Seiten schon gehört. Jibbi, alles einfordern. 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 Jibbi, alles einfordern.